ja hallo freunde herzlich willkommen heute geht es ganz kurz um ein batterie tipp den ich bei den dennis von fuhr forest films gesehen habe und ja da habe ich mir seinen clip angeguckt und da habe ich mir das dann gleich bestellt weil ich schon länger auf guten akku pack versuche war und diese kombination war für mich eigentlich perfekt da haben wir hier vier stück von den triple a batterien und vier stück von den doppel a batterien und von eneloup sanjo dies kombi pack und ja es ist vom preis her für 15 euro versand inklusive ein spitzen angebot also wirklich hier sind ja irgendwie schon vorgeladen gucken so eine art akku hier die roten moment hier rein passt ja also die sind glaube ich irgendwie ja wie gesagt vorgeladen und gutes paket meiner meinung nach und dann hier noch diese triple a batterien klein ja wie gesagt meiner meinung nach ein spitzen angebot hier habe ich das jetzt mal in so dass da war mal box drin im behältnis und da werden die auch quasi eins sind gelagert und nach so und je nach bedarf sind die dann halt gut verstaut für die muss ich mir auch noch was einfallen lassen für die eneloups aber für den haus gebrauch garantiert nicht schlecht ok das war es dann mal wieder ich bedanke mich ganz herzlich fürs zusehen und bis zum nächsten mal und tschüss und bis zum nächsten mal